Hallo oder so, Hallöchen, hallo, hallo, da bin ich auch, oh mein Gott, hallo Izzy, was geht ab, was geht ab, meine Damen und Herren, oh Gott, wie hässlich, wo ist der Rainbow Friend, der Star, alter, cool, stimmt, gibt's ja gar nicht, Leute, was geht ab, was geht ab, was geht ab, willkommen zurück, wir spielen Rainbow Friends, heute mal eine Special-Folge mit Izzy, und zwar, wir sind, wir sind komplett allein auf der Map, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, ich gucke mich mal gerade hier nochmal, ganz alleine gespielt, was willst du hier sagen, ich suche nur die Bulbs, Mann, okay, weiter geht's, hier geht's jetzt los, da drin musst du gar nichts suchen, da war aber auch eine Glühbirne drin, na klar war da eine Glühbirne, ja los, hol mal die anderen Glühbirnen, Lars, bitte reden sie nicht mit mir, danke schön, ich bin hier am Arbeiten, okay, ich muss hier arbeiten, ich muss mich hier drum kümmern, Boss, Boss, genau, sammel die ein, perfekt, Boss, cool, wenn man so viele Glühbirnen sammelt, das ist irgendwie voll so satisfying, weißt du, ich bieb mal ein bisschen mit den Rainbow Friends, okay, bitte, ah, wo ist der, wo ist der, wo ist Blue, alter, der hat so voll den Sound gemacht, hör doch auf, Mensch, Oh, es ist blau, hä, du, hast du keine Angst vor denen? Ich hab gar keine Angst vor denen, nicht mal ein bisschen Schizzle in the Hizzle? Ich hab, äh, ich kenn mich da schon ganz gut aus, oh, ich bin in grün reingelaufen, Echt, hast du so krass? Ja, ja, leb noch, leb noch, alles gut, Aber als ob du so viel gezockt hast, dass du hier, guck mal, wie viel, ich hab so viele Birnen, Ich fühl mich richtig so, als wär ich voll der Profi. Solltest du die langsam mal zurückbringen, die Glühbirnen? Nee, hör auf mir, die zu klauen, du Fisch. Also ich hab dir alle gelassen am Anfang, damit du auch ein paar hast, und jetzt bin ich dir die klaut, verstehe. Ich nehm mich jetzt privat. Da kommt Dings. Da kommt der Blaue. Private Lars, bringen Sie die Glühbirnen bitte wieder an den Ort zurück, wo Sie hingehören. Ich hab einfach so viele Glühbirnen binseln. Oh ja. Ich glaube, da ist Green irgendwo. Ja, dann lass die noch zurückbringen. Weißt du, wo Sie hingehören, Lars? Warte, warte, warte. Ich will gucken, ob ich hier noch, da ist noch einer. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier was falsch mache, easy. Oh, man kann nicht alle zurückbringen, wenn man full ist. Ach, du heiliger Strohsack. Kann ich hier durchgehen, oder kommt da jetzt Blue von oben heruntergefallen? Ist der hier irgendwo? Da kommt Blue von oben heruntergefallen. Tada, alle abgegeben. Bam, Junge, check das. Hast du gesehen, wie viel? Jetzt fehlen noch vier Stück. Jetzt fehlen nur noch vier Stück. Oh mein Gott. Ey, ich bin richtig froh, dass wir das jetzt hier zu zweit zocken können. Das ist richtig krass. Ey, hast du alleine Angst? Ja, ein bisschen. Angsthase. Angsthase, Pfeffernase. Morgen kommt der Hase mit dem Ostern. Was? Was? Bitte was? Aber hier ist nichts mehr. Ich hab jetzt noch zwei. Okay, ich seh noch, ich seh aber, ich hab eine und eine seh ich noch, also... Also, dann reicht's, also dann sind wir full. Nein, Chris, yeah. Sagst du, dann sind wir fertig, oder was? Ja, ja. Kann ich da nach Hause fahren, bitte? Aha. Ich fahr dann einfach heim. Auf Wiedersehen. Das war knapp. Ich hör ihn, ich hör ihn lachen. Er lacht mich aus. Wo ist er denn? Oh, oh. Jo, bringst du jetzt mal die beiden zurück, oder was? Ja, hier ist Dings, da ist Green. Ja, und? Pack sie doch einfach rein, der sieht doch nichts. Wenn er den vorbei lasst, los. Nein, geht nicht. Ja, dann lock ich ihn weg, okay? Hier Grün, hier bin ich. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Ich lauf hinten rum. Oder ist Blau auch noch. Oh. Ich lauf hinten rum, ja, deswegen wollte ich da weggehen. Okay, got it. Ich lauf hinten rum. Okay, aber pass auf, da kommt Blau jetzt. Lars, geh da nicht lang, der kommt Blau. Komm hier rein, komm hier rein. Sneak. Komm hier rein, komm rein. Okay, perfekt. Boah, krass. Ich hab mir schon ein bisschen ins Hemd gemacht gerade. Und da kommt Grün jetzt? Guck mal, da kommt Grün. Ja, und dann vorsichtig. Oh mein Gott, okay. Aber Blue läuft ja wieder genau in die Richtung, wo ich hin muss. Dann müssen wir halt den anderen Weg gehen. Aber da komm ich doch gerade her. Ja, dann komm hier, komm mit, ich zeig den Weg. Hier lang, Lars. Ja, ja, und dann unten durch die Treppen und so, ne? Ja, exactly. Das wollte ich nämlich eben machen, da bin ich eben abgehaut, ne? Guck mal, und hier kannst du reinmachen. Oh, oh. Oh, let's go. Oh mein Gott. Jawoll. Okay, skip, 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 skip. Okay, Izzy, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also du bist schon krass. War das Erste? Ich hab hier zwei. Easy, easy, cheesy ist das hier. Es ist easy, cheesy. Okay, Blau ist auf jeden Fall da unterwegs. Oha. War das gerade eine Beleidigung? Nein. Hast du mich gerade easy genannt? Hast du mich gerade du genannt? Oh, nein. Ist mir leid. Was ist das hier? Wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Rainbow Friends drin, ne? Boah, krass, Mann. Hier ist ja so... Ja, ja, ja. Ist jetzt, glaube ich... Jetzt ist sogar... Gelb. Ist gelb mit dabei jetzt schon? Eigentlich müsste gelb da sein. Ich mag gelb gar nicht. Gelb ist ganz entspannt. Oh mein Gott, gelb ist hinter dir. Ja, ja. Bep, 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 macht der immer, gell? Ja, der kann halt nicht hier reinfliegen, oder? Bep, 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 bep. Okay. Oh, da ist Green. Oh mein Gott, das ist Grün, Alter. Okay. Warte, und auf der anderen Seite ist Blau. Ja, ich bin hier versteckelt. Komm runter, 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 runter. Oh mein Gott. Alter, der ist auf mir. Der ist auf die ganze Zeit da rumschlägt. Lol, guck mal, der ist einfach so auf meinem Kopf. Achso. Der war einfach auf meinem Köppchen. Geil. Ja, also... Oh, Grün geht. Okay. Ich hab meine abgegeben. Bring du auch mal. Und ab. Mal gucken, ich fehle noch. Noch fünf. Noch fünf. Fünf. Izzy, noch fünf. Noch fünf. Es fehlen noch fünf. Fünf Stück. Oh, oh, Blue. So macht er immer. Hast du's? Nee. Ich hab keine. Hast du welche gefunden? Nee, irgendwie nicht, ne? Okay. So ein bisschen... Oh, da ist auf jeden Fall Yellow draußen. Oh, ja. Ah. Okay. Der verfolgt dich. Ah! Gelb ist bei mir. Oh, la, la, la. Der kommt hier echt nah. Ja, der verfolgt dich. Ja, ja. Kann man sich eigentlich vor dem verstecken? Vor Gelb? Nee, ne? Guck mal, du weißt sowas doch. Doch, man kann halt in ein Gebäude reingehen und hoffen, dass er nicht mitkommt. Hier ist, ähm... Okay, also ich mach auf jeden Fall gerade Lila. Ja, okay. Wenn du unten bist, Lila. Ich mag Lila nicht. So, Lila ist dumm. Ja, ich weiß, Lila ist dumm. Also Lila ist nicht krass, aber Lila ist auch nicht cool irgendwie. Also Lila ist halt so normal. Okay, ich hab drei Stück. Oh mein Gott, ich bin direkt in blauen Arme gelaufen. Oh mein Gott. Ist nicht schlimm. Wiederbeleb dich einfach. Fix. Okay, okay. Check das. Ich bin wieder da. Hast du? Aber meine zwei Kanister fehlen. Ja, links war Lila oder hinter mir war Lila und vor mir Blau. Ich hatte gerade gar keine Chance. Das war richtig mies. Guck mal, da ist Blau. Das ist nicht schlimm. Du gehst einfach, gehst einfach. Und der andere, der letzte ist bei Lila unten. Ja, ich müsste jetzt... Wie komm ich nochmal da hoch? Genau, hier hoch. Aber du kannst das. Schaffst du das? Oder brauchst du Hilfe? Nee, du schaffst es safe, oder? Weil dann bleib ich einfach versteckelt. Okay. Okay. Oh mein Gott. Yellow. Yellow Submarine. Ja, gelb ist halt auch schon ganz schön krass drauf manchmal. Ich will mich halt irgendwo versteckeln. Kein Problem. Oh, danke. Ich wurde gerade schon wieder hops genommen. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich habe mich nur noch versteckt einfach. Oh, die sind so süß, die Dinger. Die sind so süß. Die sind echt süß. Aber man kann nur einen nehmen, ne? Achtung. Was ist das? Lukis. Wir brauchen aber nur zehn Stück. Das geht. Ist da jemand hinter dir? Das Yellow kommt mit. Okay. Hast du schon zwei Lukis abgegeben? Ich habe jetzt zwei Lukis abgegeben, ja? Ey Mann, ich komme hier nicht weg. Hier ist alles voll. Junge. Hier ist Blue, Yellow. Alle bei mir. Ich komme hier nicht weg. Junge, der hat seine Arme einfach hier reingestreckt. Aber der kriegt mich nicht. Haha. Ist einfach alles voll blau und gelb. Und ich habe nur so einen Lucky in meiner Hand. Und dann passiert gar nichts. Schon wieder. Junge, schon wieder ist Blue. Blue, bist du besoffen oder was? Ja. Die wissen halt, wo du bist. Also die haben das einprogrammiert, dass sie wissen, wo du bist. Also die versuchen schon in deiner Nähe zu sein. Jo, ich komme aber nicht mal weg hier. Ich bin jetzt gefangen hier drin, weil die ganze Zeit Blue oder Yellow hier ist. Ich habe Blau abgelenkt. Ich glaube, Blau kommt jetzt mit zu mir. Ja, wo ist Yellow hin? Ich weiß nicht, wo Yellow ist. Okay. Dings, Yellow macht so Brrrr, Schumona. Brrrr, Schumona. Aber, guck mal, wir haben schon sechs Lufis. Ja, 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 ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Die sind richtig goldig. Wuhu. Warte, hier hinten ist noch einer. Brrrr, Schumona. Let's go. Ich höre den auf jeden Fall. Hier irgendwo ist safe einer. Der ist hier rechts irgendwo. Ja, ja, ja. Ist das am Anfang bei Lasertipp? Der ist... Der ist bei, ähm, ähm, Pink. Äh, nee, nicht bei Pink, bei, ähm, Lila. Ja, ich habe noch einen. Ich habe auch einen bei Lila. Ich habe den schon. Nice. Dann fehlt uns nur noch ein einziger. Sicher? Ja, ja. Ja, ich habe den neunten. dann fehlt uns nur noch der zehnte. All right. Wee, 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 wee. Ich habe ihn. Also, nicht den letzten, sondern ich habe den neunten reingepackt. Nice. Jetzt fehlt nur noch einer, Izzy. Easy, nicht Izzy. Es fehlt jetzt nur noch einer, Izzy. Okay, Lorz. Es tut mir leid. Lorz. Lorz. Okay, okay. Hä, sind es die Augen? Er findet den letzten, Luki. Ich glaube, es ist Izzy. Guck, du sagst doch selber Izzy. Izzy, sage ich auch. Nicht Izzy. Du sagst immer Izzy, Lars. Ich sag Izzy, ja, weil du Izzy bist. Es ist Izzy, Chizzy und es ist Izzy, Chizzy. Oh mein Gott, Blue hat mich gerade fast erwischt. Izzy, Chizzy heißen. Warst du jetzt unten bei Lila? Hast du da alles? Alter, Blue hat mich fast erwischt. Ja, 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 ja. Ich habe es bekommen. Geh doch mal gucken, weil irgendwie fehlt noch ein Luki. Oh mein Gott. Mach schnell, gib ab jetzt. Ich habe ihn doch nicht. Ich habe doch keinen, hä? Ich habe schon Lila, ich habe unten bei Lila schon geguckt. Da, da, ich sehe ihn. Du kannst ihn sehen durch die Wand. Wo denn? Ich kann hier nichts durch die Wand sehen. Was hast du denn für hellsehrische Fähigkeit? Oh, da, doch, da ist er. Okay. Wie, wie komme ich an ihn? I see it in your finger. Och nee, jetzt kommt da Dings. Achtung. Ah, ist doch nur gelb. Du lenkst die ab, ne? Ja, ja, hol ihn mir. Ich habe gelb, blau und grün bei mir. Nee, blau, blau ist bei mir, blau ist bei mir. Blau ist bei dir jetzt? Okay. Oh man. Ich verstecke mich einfach hier. Hast du ihn holen? Alter, ich kann nicht. Ich bin hier hinter einem Schild versteckt und Blue ist direkt bei mir. Okay, jetzt kann ich ihn nehmen. Ich habe, jetzt könnte ich ihn vielleicht nehmen. Warte, der läuft gerade weg. Hä? Ey, Alter, der ist einfach despawned. Der ist einfach woanders gespawned jetzt. Okay, ich habe ihn. Kein Problem. Ja, hast du ihn? Ja, habe ihn. Okay, ich bleibe bei dir. Okay, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, nice. Crazy. Puh. Ich glaube, ich habe das noch nie so schnell gespielt. Easy. Easy, Entschuldigung. Oh mein Gott. Dann will du mal schön den Zucker hier. Sugar, de, 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 oh, honey, honey. Entschuldigung. Oh mein Gott, Scape hat mich. Nein. Alter, Cyan ist hier. Oh mein Gott, Hilfe. Please, lass mich gehen. Guck mal, ich springe aufs Trampolin. Ich springe aufs Trampolin, schnell. Boing. Oh mein Gott, da ist wirklich Cyan. Ja, pass auf, Cyan ist da irgendwo. Der macht cyanische Sachen. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, let's go. Ich habe zwei schon abgegeben. Drei. Ich gucke mal, ob hier noch vielleicht irgendwo, ist hier irgendwo vielleicht noch ein Zucker, was wir vielleicht übersehen haben. Das sieht nicht so aus. Weil wir halt Cyan jetzt noch haben. Cyan ist halt hart. Echt? Aus was besteht der? Aus Cyan. Cyan-Kali. Cyan-Kali, krass. Pass auf, da ist er. Oh, da ist er. Hoch mit dir. Oben ist blau. Nein, nein, da oben ist blau. Geht er nicht ganz hoch. Mein Gott, wir können weder runter noch hoch. Unten ist Cyan oben ist blau, Alter. Ich habe es geschafft. Du musst einfach dann wegflitzen. Aber da ist noch gelb, ne? Achtung. Oh mein Gott. Junge, alle möglichen Farben. Wirklich alle möglichen Farben hier gehabt. Denkst du vielleicht, es ist was bei Lila drin? Ein bisschen, ein bisschen Sugar. Ab ja, bestimmt. Oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei Blau sein Schloss drin. Nee, es ist kein, es ist kein Dings hier bei Lila. Aber wie viele hast du im Inventar? Ich habe eins. Eins. Okay, also fehlen nur noch zwei. Ach du Kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Blue ist einfach bei mir. Oh mein Gott, hier ist Green. Heiliger Strohsack. Okay, ich bin versteckelt. Oh Gott. Oh mein Gott. Und da läuft auch noch Cyan lang. Man, easy, was geht hier? Junge, hier ist bei mir vor der Tür, ist gerade alles. Yo. Ich komme hier nicht weg. Ich gebe jetzt meinen Zucker ab. Ich weiß wirklich nicht, wo der letzte Zucker ist. Ja, ich denke schon. Ja, gut, konnte ich. Einfach grün gerade. Oh Gott. Hast du da wirklich alles geholt von Lila? Ja, ja, bei Lila ist nichts mehr. Glaube ich. Glaubst du? Ja, ich würde mir nicht vertrauen, aber. Ich glaube, hier ist echt nichts mehr. Ich weiß nicht, wo die letzten Zuckersteine sollen. Oh nein. Einen habe ich. Nice. Ich glaube, auf den letzten würde ich warten, bis er angezeigt wird, weil... Ich glaube, da ist gerade Cyan lang gelaufen. Oh oh. Bock Mist. Oh toll, da kommt gerade Green. Kann ich nicht einfach kurz mal hier hochfahren? Uh, ich fahre Dings. Guck mal, ich fahre Seilbahn. Uh, yippie. Okay. So ein Bock Mist. Wo soll das denn sein? Ah, kein Zucker. Da, da ist er, da ist er, da ist er. Da wird er angezeigt. Let's go. Ich sehe ihn sogar, glaube ich. Ich glaube, der ist ein Loser. Okay. Ich bin da. Nein, ich muss an Grün vorbei. Nein, ich bin kein Loser. Ich bin kein Loser. Wart, Grün statt voller Weg. Tja. Okay. Das ist so dumm, wie ich den weggesnackt habe. Schreib mir L auf die Stirn. L für Lars. Okay, ich habe es. Let's go. Okay. Jetzt wird erstmal ein Gebagge. Oh ja. Okay, was passiert jetzt? Jetzt müssen wir hier rein, gell? Wir können raus. Ja, ja, wir sind frei. Ja, super. Ich sage dir, ich habe das, glaube ich, noch nie so schnell durchgespielt. Wir können eigentlich Speedrun machen, Izzy. Speedrun. Wir können tatsächlich Speedrun machen, ja. That's true. Alright. Ich gehe vorne. Ich sitze vorne. Okay. Setze dich vorne. Ich will aber mit zu dir. Komm, setze dich rein. Ich will mit rein. Ja, ich vertraue dir. Oh, das war ein Fehler, Lars. Das war ein Fehler. Kannst du auch mit lenken? Oh nein, was? Oh ja. Warte mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wer mehr Rechte hat. Ich weiß es auch nicht, aber guck mal, wenn du nach links und ich nach rechts, dann gleicht es sich einfach nur in der Mitte. Geh mal nach rechts. Warte, ich gehe nach rechts. Dann ist es einfach nur Mitte. Oh ja. Oh nein. Das wird dein Tod. Das wird dein Tod. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin so lustig. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Aber das ist so cool, diese Strecke. Okay. Lean to choose. Nein. Links, links, links. Mach links, links. Nein. Was? Vertrau mir. Das ist so lustig. Ich fahre einfach nur durchs Wasser hier, okay? Okay. Aber jetzt sollten wir nicht mehr falsch wählen. Okay. Oh Mann, ich wusste das nicht, dass das geht. Okay. Wie schnell, gell? Was? Wie crazy. Ist das eine andere Strecke jetzt oder so? Nee. Schon die gleiche. Umarm dich einfach, Lars. Komm her. Ich gehe weg von... Ich kann nicht... Hier. So. Ich will weg von dir. Schnell. Ich laufe einfach, gell? Guck mal. Ja. Hey, wie dumm. Das macht gar keinen Sinn. Okay, jetzt geht es gleich... Ich glaube, jetzt geht es gleich richtig ab. Oh Gott, oh Gott. Wir haben hier ein Problem, Herr Doktor. Houston, wir haben ein Problem. Kuchen, Lars. Lass den Kuchen holen. Lecker. Warte, ich hole ihn mir. Ich liebe Kuchen. Oh Gott, gib ihn her. Meine Arme sind zu kurz. Komm schon, jetzt gib doch mal Gas hier. Mensch. Oh, da ist der Kuchen. Oh, jetzt kommt Cyan, gell? Oh, yeah. Oh, der sieht auch lecker aus. Oh mein Gott, let's go. Izzy, kannst du das? Kannst du? Was kann ich? Oh, folgen, folgen, folgen. Mach du mal, mach du mal die komplette Strecke. Ich will mal wissen, ich mache gar nichts. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst. Lenk du mal, lenk du mal. Ich lenke schon. Oh mein Gott, ich habe... Looping. Jubi. Hände in die Luft. Oh mein Gott. Oh Gott, Laber, Hilfe. Oh mein Gott. Es ist eine Angelegenheit hier. Puh, ziemlich heiß. Gefahr voraus. Zurückdrehen. Ernsthaft, kehrt zurück. Nö, kein Bock. Boah. Die Raketen-Achterbahn. Oh yeah. Hände in die Luft. Wui. Oh mein Gott. Oh yeah. Das hier ist so cool. Ja man, das ist so cool. Junge, wieso fährt die denn so langsam, die Achterbahn? Wo lang? Nach rechts, ne? Ich fahre gerade aus. Nein. Nein. Oh. Das ist richtig böse. Boah, sind wir schnell. Boah, mega. Wo lang jetzt? Warte. Ich glaube links. Safe links. Oh, da ist der Hubschrauber-Mensch. Mann, gib Gas. Oh mein Gott. Oh, die Gug. Habt du das Gaspedal nicht gefunden? Ich glaube, wir sind einfach zu schwer, weißt du, für dieses Ding. Wir sind zu schwer, wir beide. Hallo? Also nein, du nicht. Ich bin zu schwer, meine ich. Ja, ja, ja. Lenk rein. Ah. Müll? Warte mal, stopp. Weil wir zu schwer sind. Aua. Au. Ich hab mir den Fuß gestoßen. Ich hab' auch. Ich hab' wieder. Jetzt sind wir weg hierhin. Komm mit schnell. Oh nein. Warum hat der eigentlich keine Arme? Aber der ist doch süß. Der braucht keine Arme. Finde ich nicht. Oh Gott, ist das laut. Lauf, lauf. Wir haben das hinterher aufgemacht. Runter kiefen. Hier müssen wir kiefen. Und weiter. Bitte lauf. Okay, und dann rechts. Dann raus. Und dann wieder links. Okay, ich hab's. Achtung, Achtung. Hier hinten müssen wir durch. Und dann sind wir auf dem Dreieck. Kiefen, kiefen, kiefen. Ich hab's. Okay, und da ist er. Yeah. Mann, der steh dich noch nass. Tschau. Ich geh mit. Jawoll. Nice high five. Sehr gut, sehr gut. Das war's, Leute, mit Rainbow Friends. Schaut crazy vorbei. Wir sehen uns. Tschau. Tschau. Bis zum nächsten Mal.